Wir waren bei Kass, bei Lidl, bei Rewe und bei Apfelhardt. Weiter geht's nach dem Intro. So, Hallöchen ihr Lieben. Hallöchen, da sind wir im Verrückten, Bekloppten, Durchgeschnallen. Was gibt's noch? Meine Ahnung. Ja, mein Geburtsgeschenk ist angekommen. Oder wie immer das, was ich mir von meinem Amazon-Gutschein bestellt habe. Wenn dein Vater kein Bart hat, hast du zwei Mütter. Fand ich sehr geil. Die Figur sieht so aus wie du, aber wenn's tiefer geht, nicht mehr. Ja, ja, ja. Jetzt komm, ja, ja. Dieses Bonny-Shaming hier. So, ja, legen wir einfach mal los mit Kass, würde ich sagen. Bei heute, äh, bei heute. Heute gibt's bei uns übrigens Raclette, Raclette, und, äh, also Raclette. Und da haben wir ein paar Waren geholt. André, die hab ich auch gar nicht da geholt, ne? Die hab ich Melide geholt. Okay. Ja, ja, ja. So, Anna, das ist da. Hast du das auch? Ja, das hab ich auch bei Kass geholt. Okay, also Knorr. Soll ich mal wieder essen? Knorr mit dem Salat. In dem Salat drin. Knorrsalat, Gedöns. Genau. Und ich hab hier jede Menge an Sorten Käse. Grillkäse. Ich hab grad schon Sorgen-Genuss drauf. Ja, du bist auch so ein Sorgen-Genuss. Noch ein Grillkäse. Ja, die kosten ja nicht so viel. Echt, nochmal dran, Monsieur. Ja, warte, noch. Erstmal eine Grillkäse. Und noch ein Grillkäse. So, jetzt lass uns. So, und einmal hat den nämlich auch. Weil wir holt, da müssen die Preise rein. Hast du die Quittung? Ja, ja, ja. Blende ich euch ein. Genau, blendet Roberta ein. Und Rohrscheiben-Kartoffelschips. Was hast du mich jetzt so angeguckt? Nö, nur so. So, dann haben wir noch. Rougette-Ofenkäse. Das kennt er ja bei uns. Das ist ja schon ein Highlight. Wir haben nur zwei Stück geholt. Wir haben noch ein paar Stück im Kühlschrank. Bezell. Bezell. Macarina, Macarina. Und leckere, da hab ich auch wieder Hunger. Im Herbst esse ich schon mal gern sowas. Sonnenbrä. 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 Körniger Frischkäse. Hatte ich auch mal wieder Bock drauf? Warum? Frischkäse, glaub ich. Frischkäse. Und Joghurt Bulgara. Bulgara. Echt Bulgara. Echt Bulgara. Sind wir mal gespannt. Da wollen wir jetzt gleich die Joghurtsoße machen für... Wer hat nichts Vernünftiges, knöpfig nicht. Für Wackelette. Hast du gehört? Wieso? Hä? Du hast gesagt, du sollt mitnehmen. Ja. Der wird er schmecken. Der wird er anscheinend schon schmecken. Oder es muss er schmecken. Und? Eiskaffee. Lass uns mal los. Ich mach das schon. Eiskaffee. 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 Die haben auch geholt. Die sind voll lecker. My Sweet Table. Ja, das sind so kleine Zitronenkuchen. Lecker. Ich wollte mal sehen, wie die aussehen. Die sind so eine feine Schokolade mit Zitronendinger da oben drauf. Sehr, sehr lecker. Haben wir schon von geschnitten. Haben wir noch ein Paket von geholt. Ja, haben wir schon ziemlich viel von gegessen. Und hier diese Schoko-Crossies. So eine extra Variante mit Walnuss und Cornflex. Da können wir aber jetzt mal eine von essen, oder? Ja, wenn keine Zartbitterschokolade ist. Eigentlich nicht. Wir haben hier von Gut für dich. Einmal Salami. Die hatten wir letztens schon mal gehabt. Die ist super lecker. Und hier Serrano-Schinken. Richtig viel. Für 1,84 Euro. So eine gepackung. Das ist echt günstig. Ich mach das. Riecht voll nach Walnuss. Aber das ist voll mit Schokolade. Zartbitterstunde. Ja, das ist Zartbitter. Nein, das ist kein Zartbitter. Warum hängen wir eigentlich so tief? Ich bin ja größer als du. Deswegen sieht man meinen Kopf nur halb. Oder? Nein, das ist kein Zartbitter. Ja, ist ja gut. Doch, Rol. Bäh! Das ist doch. Das ist Zartbitter. Was heißt das? Mapple? Ich kann das nicht. Mapple-Wein-Brownie. 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 Maple-Brownie. Maple-Brownie. Wie der mit uns sagt, Mein Gott, stell dir mal was höher. Jetzt macht das doch nicht da. Ja, stimmt. Robert kürzt mich immer. Immer ist der Gimbal hier rüber. Der lebt aber immer noch. Der Gimbal. Ja, du benutzt ihn ja zum Glück nicht so. Ja, mir auch. Also, Maple... Was weiß ich. Ey! Ja. Wir haben weiterhin exzessiert. Krokant ist euren Cornflakes. Und Schoko-Brownie-Style. Da steht's. Und dann haben wir veganen Räucherlachs geholt. Einmal für uns eine Packung und einmal für unseren Sohn. Die werden wir am Ende vom Video probieren. Also machen wir morgens beim Frühstück. Aber das blende ich im Video hier. Da können wir euch erzählen, ob das schmeckt oder nicht. Bin ich mal sehr gespannt. Ob es empfehlenswert ist oder nicht. Ja. Dann haben wir noch Frühlingsquark in so kleinen Packungen. Ja, vielleicht total süß. So klein, ne. Hat man dann mal schnell aufgegessen. Anstatt so eine riesen Portion. Dann haben wir ja da immer mal eine Pläne mit. Ich hab noch ein bisschen aufräumen. Haben wir alles? Ja, haben wir alles. Jetzt sind wir bei Lidl. Da haben wir einmal Salat-Kroppes geholt. Genau. Es geht los mit Schniedl. Dann habe ich mir hier so Serrano-Schinken geholt. Den werde ich mir oben auf der Tracklet drauflegen. Nicht Serrano. Quatsch. Quatsch. Chorizo. 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 Diese spanische Burst. Ist das nicht? Chorizo. Chorizo. Ne, Chorizo. So, dann hier. Katzenstreu von Lidl. Man muss ja Vorsorgung für Robert, ne. Katzenstreu. Ja, genau. Dann haben wir hier eine Ocado geholt. Genau. Und? Zwei Dosen für die Madame. Cola Light. Cola Light. Cola Light. Und hier. Ah. Küchenrolle. Ja, genau. Was stehst du da? Fröschen. Genau. Einmal auf was reinchen, ne. Das ist ja langweilig. Einmal hier. Suppengemüse. Ja, ist gut. Ja. Wir machen nämlich am Sonntag Kartoffelcreme Suppe. Ja, genau. Suppe. Da kommt das mit rein. Dann Gouda. Geriebenen. Für Racklet. Wir machen nicht diesen Racklet Käse. Den mögen wir nicht so. Racklet Käse. So. So machen wir den. Dann Gouda. Creme Creme. Was ich nutze. Ja. Und dann zweimal hier also Garnelen. Knoblauch und mit Tomate. Bin ich mal gespannt. Die machen wir uns in eine Falle vom Racklet. Ja, nicht in eine Pfanne. So ein Pfanne. Ja, in eine Pfanne vom Racklet. Hab ich ja gesagt. Genau. Milchschnitte. Mini Mozzarella. Die esse ich auch gleich zum Racklet. Ja. Die sind sehr lecker. Und hier der Speck. Oder wie weiß ich auch Schinken. Mageren Schinken. Der kommt in die Kartoffelsuppe rein. Und? Mais. Mais ist für das Racklet. Und hier Syltarart. Salatsoße. Dressing. Salatdressing. Haben wir alles? Eierlein. Und Jorka. Eierlein. Kleine Kinderleine. Und dann haben wir hier noch Landliebe. Grieß. Grieß. Mein Angebot. Was haben wir jetzt? Jetzt kommt Rewe. Einmal Doppelkorn. Wir fahren nämlich morgen zu der lieben Irene. Und da bring ich ein Eierlikör mit für ihr Mann. Eierlikör? Eine selbstgemachte in den Monsieur Cuisine. Genau. So. Und dann haben wir hier Müller mit der Ecke hier. Müller-Joghurt mit der Ecke. Müller-Joghurt mit der Ecke. Und Pilze. Genau. Pilze. Pilze. Die mache ich mir gleich auch beim Racklet. So. Was haben wir noch? Äppel. Genau. Da haben wir noch Äpfel geholt. Äpfel. Gala habe ich wieder geholt. Die ganze Tüte voll. Ein Apparat und ein Imperator-Paket Appesaft. Drei Liter. Genau. Für sieben Euro. Ich mache mal. Einmal melken. Ich muss sie hochziehen. Aber ich mache das schon. Gut das reicht. Der Robert hat auf seiner Brust Milch. Der ist so lecker. Der ist wirklich super lecker. Aus frischen Äpfeln. So. Das war es aber. Ja. Ist die Wahl vorbei. Und denkt dran bleibt dran. Gleich gibt es noch den veganen Aufschnitt. Ja. Ich komme jetzt nicht. Räucher-Lachs. 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 Ja. Ich bin durch. Und wir haben nicht nur zwei Äpfel gekauft. Wir haben eine ganze Tüte. Ja. Natürlich haben wir eine ganze Tüte. Ja. Aber du hast nur zwei gezeigt. Das ist eine ganze Tüte voll. Gut. Alles klar. Wir sehen uns gleich beim Probieren von den Räucher-Lachs. Lachs. Lachs. Bis dann. Bis bald. Juppermorgen, ihr Lieben. Ja. Wir haben es ja gesprochen. Wir probieren mal den Räucher-Lachs, diesen veganen hier. Den hier. Also ich habe mal dran gerochen. Ich habe auch schon ein Brötchen geschmiert. Der riecht von hier aus schon richtig nach Räucher-Lachs. Das ist ja Hammer. Ja, eigentlich mehr so nach Algen, finde ich. Aber Algen sind da gar nicht drin. Was? Algen? ja hätte er gedacht und wieso da ist eigentlich nur ich finde die röscherlachs nicht naja aber da ist modifizierte stärke rapsöl und reis nach art eines röscherlachs bin ich mir sehr gespannt wie das schmeckt ein bisschen anders aber schmeckt ganz gut finde ich nur die konsistenz ist so ein bisschen ein gummi so gelea art ist so dieses lachs halt was er immer in echt ich habe angst komm jetzt bei sagt sterbe schneller überleben wird es schmeckt schon anders man kann es minimal dahin aber es ein bisschen also wollen das ist so gelatina artig das zeug hier hat natürlich keine richtige struktur das ist einfach wie so eine gummi masse die einfach geradeaus gelegt wurde also so flutsche im mund was hast du jetzt die augen verkneffen ich finde das ist ja es geht eigentlich wenn da jetzt noch ein bisschen zwiebeln oder so ein bisschen wird ja ganz so schlecht aber es schmeckt schon so ein bisschen danach ja ein bisschen gut alles klar dann bis zum nächsten mal wenn wir die vegane curry brust von curry king noch mal sehen wir hatten unseren sohn gegeben denn dann werden wir die auch noch mal probieren aber er hat die lecker er fand sie lecker und seine freundin auch die ist gar nicht nicht wie gar oder ich will ja die ist aber öfters mal fleisch ja 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 also so richtig vegetarisch ist sie nicht und die konnte auch sehr lecker gut alles klar dann bis zum nächsten mal lasst gerne ein abo da abonnieren like nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten video